Im Restaurant zum Goldenen Bachen in Münster kredenzt Petros Samsonis griechische und deutsche Delikatessen in bester Qualität. Höchste Zeit, den beliebten Griechen einen Besuch abzustatten. Eine reichhaltige Palette vorzüglicher Ingredienzien, die fast vollständig selbst hergestellt werden oder aus regionaler Landwirtschaft stammen, bietet dem erfahrenen Küchenteam eine exzellente Grundlage für kulinarische Gaumenfreuden. Ob saftige Lammkeule, herzhaftes Gyros, gegrillte Gemüsevariationen oder zarte Dorade. Freunde, Erstklassiker Fleisch und Fischgerichte kommen im Goldenen Bachen ebenso wie Vegetarier voll auf ihre Kosten. Im Mittelpunkt steht übrigens auch die gesunde Küche für Kindergärten und Schulen, welche dem Hotelfachschulabsolventen Petros Samsonis besonders am Herzen liegt. Darüber hinaus wird ein Partyservice für bis zu 120 Personen angeboten. Zum Goldenen Bachen. Spitzenqualität zum Spitzenpreis.